Mal ganz kurz Koordinaten anmachen. Okay. Da. Ah yeah! Hey ihr Hüllenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Team Standing. Wir join auf dem Server und ja, ich bin auf dem Server und ich hör Spinnen und ja, endlich wieder Last Team Standing und endlich wieder mal ein Video. Gestern kam ja keins und ja, für die Last Team Standing, Leute, ich hab jetzt nicht in die Konfi geschrieben, denn ich hatte jetzt einfach keine Lust Skype zu öffnen und ich muss ganz schnell jetzt eine Folge aufnehmen, weil ich hab nicht so extrem viel Zeit. So, meine ganzen super Kisten hier. Ja, also, beim letzten Mal waren wir stehen geblieben und haben Bücher gemacht. Stimmt's? oder stimmt das nicht? Zack, 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 haben wir noch irgendwo Leder? Leder, Leder? Moment, ich muss die Sounds ein bisschen leiser machen. So ungefähr, ja. ähm, denn, was mir aufgefallen ist, ich hatte in letzter Zeit wirklich wenig Zeit zum Aufnehmen. Ich hatte, ich war in so vielen Sachen, ähm, im Real Life, da hatte ich einfach, ähm, keine Zeit hier jetzt irgendwie noch irgendwelche Spiele am PC zu spielen. Wir waren oft im Kino, ähm, waren jetzt ganz oft im Freibad schwimmen, weil es einfach so herrlich warm war. Und, ähm, ich wollte euch jetzt einfach nur mal ganz kurz das Status-Update geben. Und zwar, ich habe jetzt Twitter, ich blende es euch hier ganz groß ein, oder so, klickt da drauf. Ähm, Auf Twitter bin ich sehr aktiv. Es ist so, dass ich auf Facebook nächste Zeit meine Videos posten möchte. Aber, ähm, auf Twitter poste ich einfach so alles, was ich gerade mache, wo ich gerade bin, ähm, und so weiter und so fort. Und deshalb, folgt mir einfach auf Twitter. Dann läuft das Ganze hier so. Das ist mir irgendwie hier noch so ein bisschen. Verzeih mir, wer auch immer diese Hülle gebaut hat, aber der Aufgang ist mir einfach zu klein. So. Ich mache das hier so. Ja, das wird die Person schon verkraften. Ich hoffe es zumindest so. Ja, so ist es besser, wenn man runter geht. Viel besser. Und dann machen wir uns hier auch noch gleich solche Steps hier. So. So. Oh, doch, das ist, das klappt ganz gut, schätze ich jetzt mal. was habe ich gemacht? Nein, das wollte ich nicht. Ach, das sieht hier super aus. Das ist schon okay so. Äh, ja, das passt schon so. Ähm, auf jeden Fall, Leute, ich habe mir jetzt nichts Besonderes in der Folge hier vorgenommen, außer vielleicht so ein bisschen, ähm, noch ein paar Kühe zu töten. Und zwar hier drin sind ja Kühe, habe ich gesehen. Okay, die wurden aber, schätze ich jetzt mal vor kurzem erst vermehrt. Ähm, hallo Hühnchen. Das bedeutet, ich muss jetzt erst mal, ähm, Weizen holen. Noch ein Stück. Und die dann zu paaren. So, perfekt. Dann paare ich die und dann hole ich mir dann noch gleich, ähm, eine Kuh hier. Und ich hoffe, die droppt dann auch was. So, einmal und zweimal. Und ja, Leute, ich war jetzt auch im Kino und ich habe mir gestern die Premiere angeguckt von, ähm, X-Men Days of Future Past. Ja. Ja, ist schon klar. Ist schon okay. Ich weiß es. Ich weiß es zu schätzen, ne. Ist schon ganz okay. Auch wenn ihr hier nichts drückt. Au. Wo ist der? Missgeburtenkinder. Hau ab. Ähm. Ja. Was ich da jetzt möchte. Noch eine Kuh finden. Alter. Hier stand sie, diese Missgeburt. Ja, wenn ich da dran denke, dann werde ich nur aggressiv. Aber, sind wir einfach mal froh, dass sie generell hier war. Dass sie zwar nichts getroppt hat, aber dass sie wenigstens hier war und uns beglückt hat. Ja. Ähm. Ich möchte jetzt demnächst mal PvP Action machen, aber ich habe noch nicht so eine gute verzauberte Rüstung. Ähm, was ich jetzt mache, Leute, ich verzauber jetzt jedes Teil von mir ähm, ein Level. Machen wir das nochmal so? Lass uns einfach mal alles Level 1 verzaubern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hinter mir immer Zombies sind, aber egal. So, zack, zack, zack. Die Sachen würde ich gerne mal verzaubern. Level 1, Schuss sicher, okay. Level 2, Schutz, gut. Level 3, Schutz, gut. Yeah. Also zweimal Schutz, das ist schon mal super, denn wir haben hier, ja, schon mal Schutz 2 und dann könnten wir, wenn wir hier Schutz 2 oben haben, gleich Schutz 3 drauf machen. Ach so, das ist ja gelockt hier, das ist ja auch gar nicht meine Kiste. Ähm, einiges an Eisen haben wir, aber ich glaube, ich gehe jetzt kurz in den Neta, um ein bisschen, ähm, um einfach mal so ein bisschen Level zu farmen. So, was muss ich denn da alles mitnehmen? Die Sachen hier lasse ich lieber hier. Ja, ich gehe so in den Neta. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht sterbe. Was? Das sind so Möglichkeiten. ich meine es. Oh nee, jetzt habe ich den getötet und ich glaube, das war der größte Fehler meines Lebens. Oh nein, mein Schwert. Nein. Ist es weg? Scheiße, mein Schwert habe ich jetzt aufversehen weggeworfen. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Was? Wo bin ich denn? Okay, jetzt bin ich hier. What the fuck? Wieso sind wir denn jetzt in einem anderen Portal? Also, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ach, ich glaube, weil wir damals, ähm, auch ins falsche Portal gegangen sind und wir unseres nie wieder gefunden haben. Deshalb glaube ich das. Aber warum führt unseres dann in das des anderen? Das ist ja richtig scheiße. Das finde ich nicht so geil. Mal ganz kurz Koordinaten anmachen. Okay. Da. Da. Scheiße, die Wand an. Stopp. Alter. Alter Schwede. Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Ich, wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Ich hatte gerade den Schock meines Lebens. Alter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich fall einfach um ein paar im halbes Herz. Ich hätte tot sein können. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich kam gerade gar nicht mehr auf mein Leben klar. Was hier los? Was hier gerade passiert? Und jetzt hier ganz schnell. Gut, jetzt haben wir wieder fünf Level. Hier, ich finde, so bekommt man eigentlich am schnellsten. Einer ist einer der schnellsten Arten, Level zu bekommen. Hallöschen. Hallöschen. Ich gehe jetzt noch mal wieder. Ähm. Ich muss hier irgendwie hochkommen. So irgendwie. Nein, was mache ich denn? So. Wo bin ich denn überhaupt? Was mache ich denn hier überhaupt für eine Scheiße? Ich muss hier hoch. Alter, ich bin hier einfach runtergeflogen bis hierhin, Alter. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Das ist... Alter. Und für was braucht man eigentlich diesen Netherquartz? Ich habe jetzt nicht so viel ähm, Nethererfahrung. Ich weiß nur, dass man hier gut Erfahrung sammeln kann. Ha, ha. Ähm. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Ich gehe jetzt einfach in das Portal hier und würde sagen, ich gehe dann einfach zu Fuß nach Hause. Aber ich glaube, ich möchte noch ein paar Levelchen sammeln. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich gehe da schnell durch. So. Dann da rüber. Hier gibt es einige Pilze. Uah. Was ist los mit dir, du Missgeburt? Wie kickt man die dann zurück? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich weiß es kann man. Okay. Alter. Es ist gerade hier ein bisschen, ähm, stressig alles, aber ich baue hier einfach noch ein bisschen ab. Ey. Einfach. Wir fliegen einfach da runter. Ich, ich kann es auch immer nicht glauben. Ich kann es auch immer nicht glauben. So. Gut. Jetzt haben wir hier ein paar sexy Sachen. Ähm, was bräuchte ich denn hier noch? Und zwar, ja, wie viel Level mache ich mir denn? Das weiß ich noch nicht. Aber es geht auf jeden Fall hier ziemlich fix und dann kann ich immer jedes Buch auf Level 1 verzaubern und dann eben hoffen der Schärfe. What the fuck hatte ich gerade Panik? Alter, aufpassen, aufpassen Leute. Ist bei euch auch so schönes Wetter wie bei uns? Also bei uns ist richtig geiles Wetter. Ähm, jetzt hat es ein bisschen abgekühlt, aber gestern hatten wir glaube ich 33 Grad oder so. Aber wir sind trotzdem ins Kino gegangen, nicht baden, denn für euch Movie Review, ja, das ist wichtig. und ich hoffe, dass mein Timer auch jetzt richtig eingestellt wurde. Ich habe den genau 15 Minuten gestellt und weil ich möchte heute einfach mal 15 Minuten aufnehmen und nicht wieder überziehen, weil mir passiert das öfters mal, dass ich dann einfach mal eine Folge länger mache und ich fühle mich dann auch irgendwie scheiße, weil ich mir so denke, so, nee, das ist nicht so geil, wenn ich immer überziehe. So, die hier baue ich noch ab und dann gehen wir zurück ins Portal. So, oh, 15 Level haben wir schon. Das ist natürlich super. Ich hoffe, wir finden in der nächsten Folge vielleicht noch Diamanten. Ich muss schon noch ein bisschen meinen gehen, Leute, das war es leider noch nicht, weil wir brauchen eben noch ein bisschen eine bessere Ausrüstung. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ging es da zurück. Ich denke, hier, hier glaube ich, ja, ich sehe es schon. Gut, dann esse ich noch eine was. Nom, nom, nom. Super. Dum, 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 dum. Aua. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Und zack, wir sind nicht zu Hause, wir sind hier. Oh, hier, die ganzen Kisten sind alle nicht gelockt, ne? Leute, 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 Leute. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Was haben die hier denn so Schönes? Geil. Das hier sieht schon recht nice aus. Ich glaube, das gehört dem Laber. Soweit ich weiß, ich gucke mir jetzt noch, wie viel, oh, wir haben noch zwei Minuten, das heißt, wir könnten in zwei Minuten locker noch nach Hause kommen. Koordinaten ein. Ups, jetzt hat sich Clash of Clans geöffnet. Das spiele ich in letzter Zeit voll oft. Das ist richtig cool. Oh, hier. Hier sind meine Koordinaten. Und zwar, okay, gehen wir da mal entlang. Dum, 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 dum. Sorry, Leute. Ich versuche, das Video jetzt dann gleich hochzuladen. Das bedeutet, um circa drei, vier wird das heute online kommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, so um circa drei Uhr oder vier Uhr wird das heute online kommen, schätze ich es einfach mal. Und ich hoffe, ihr habt dann Spaß mit dem Video. So, Hallöschen. Ich brauche eben ein bisschen ein paar Knochen. Vielleicht eventuell für ein paar Hunde oder so. Oh, ich will endlich einen Ocelot haben. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Ich will einen Ocelot haben, aber bisher hat es sich noch nicht ergeben. Jetzt muss ich mich beeilen, denn die 15 Minuten sind gleich um. Und es gab bisher noch wirklich keine weiteren Kills. Ja, stimmt. Aber es ist ja so, dass der Laber, also der Laber-LP, er kann jetzt ja so lange nicht aufnehmen, bis er eben, bis eben der Zocker-LP tot ist, denn er hat ihn ja getötet. Das ist ja der Sinn vom Ganzen. Und das finde ich so lustig, weil, wenn wir jetzt noch den René, also den Heavyplay MC, glaube ich, wenn ich was falsch gesagt habe, bitte in die Kommentare schreiben. Wenn wir ihn hier getötet haben, dann ist die komplette Stadt Blau ausgelöscht und somit aus dem Projekt draußen. Und, ähm, ich sag mal so, wie soll ich das jetzt finden? Natürlich ist es scheiße auf der einen Seite, weil, glaube ich, Stadt Blau auch eine der aktivsten Städte war. Ne, 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 Stadt Grün, das ist auch eine ganz aktive Stadt. Da muss ich mal reinschauen. Ich vergesse das oft, dass ich einfach mal gucke, was die anderen hier so machen. Oh, da ist wieder dieser leuchtende Baumstamm. Den baue ich jetzt ab. Ich möchte wissen, warum der leuchtet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Okay. Das war's jetzt aber. Ähm, Scheiße. Ich laufe schon wieder in eine völlig... Okay. 15 Minuten sind um. Aber, ich habe, glaube ich, noch eine Minute, weil ich habe die Aufnahme ein bisschen später gestartet. Deshalb, dum 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 dum. Ich beeile mich, Leute. Dum 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 dum. Scheiße, jetzt habe ich meine Koordinaten nicht mehr. Hallo? Oh, da bin ich schon ganz falsch. Was soll das denn? Ne, ich kann nicht mehr sprinten. Ey, lasst mich gefälligst in Ruhe. Scham euch nichts getan. Okay, so. Dann hier. Oh, ja. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen in die Richtung hier laufen. Ich hoffe, dass das jetzt ganz schnell klappt hier. Das hier ist nämlich 100. Oh, okay, ich habe schon gefunden. Gut, zum Glück habe ich die Koordinaten auf meinem Handy gespeichert, weil das hilft. Das hilft immens. Oh, der hat eine Goldrüstung. Oh, den hole ich mir. Boah, brauchst du hier gar nicht vor uns im Haus. Was bist du nur für ein Kruppel? Alter, kannst du nicht mal richtig deine Rüstung anziehen oder was ist los mit dir? So, wir haben Goldschuhe getroppt bekommen. Dankeschön. Und einen Bogen. Auch nicht schlecht. Oh, okay. So, was haben wir hier bekommen? Nichts Gutes. Ich würde sagen, ich haue mich noch ganz schnell in mein Bett, ess vorher noch was und dann war es das von der heutigen Folge Last Team Standing. Ähm. Okay, gut. Leute, ich würde sagen, das war es von der heutigen Folge Last Team Standing. Alter, wir werden einfach mal fast... Oh, Moment, ich muss noch mal ganz kurz draufsteunen. Ich habe was vergessen. Scheiße. Ich muss das Enderportal zubauen. Sonst geht es mir wieder so, dass das dann explodet und dann sind wir alle tot. So. Alter, ich wäre einfach mal fast gestorben. Was ist hier los? Was ist hier einfach los? Und ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentare würden mich auch sehr freuen und konstruktive Kritik könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein. Und ich würde sagen, tschau. 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 Vielen Dank.